Hallo, wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge unserer MalaTV News und heute mit folgenden Themen. Ben Luca Franzmann belegte den fünften Platz bei dem WorldSkits 2022, Rückblick auf den Bundesleistungswettbewerb und Handwerk und Kolpingwerk fordern Stärkung der Berufsbildung. Wir gratulieren. Bei dem WorldSkits 2022 erreichte der Maler Ben Luca Franzmann den fünften Platz und erhielt eine Exzellenzmedaille für seine ausgezeichnete Leistung. An vier Tagen trat der 20-Jährige in Bozen gegen zwölf internationale Spitzenfachkräfte an. Sie bewältigten insgesamt sieben Aufgaben. Lackieren einer Tür, tapezieren, maßstabgetreuß übertragen und malen eines Designs nach Vorlage sowie frei Handmalen. Die Farben mussten die Teilnehmer selbst anmischen. Weiterhin sollten die Teilnehmenden bei der Aufgabe freie Technik und einem Speed-Wettbewerb zeigen, wie gut sie unter extremen Zeitdruck arbeiten können. Auch Trainer Matthias List ist stolz auf die Leistung des Junghandwerkers. Sein nächstes Ziel hat Ben Luca Franzmann schon vor Augen. Er will seinen Meistertitel machen und Europameister werden. Und bleiben wir beim Thema Wettbewerb. Letzte Woche fand der Bundesleistungswettbewerb in Nürnberg statt. An zwei Tagen gestalteten 14 junge Maler Flächen in verschiedenen Techniken mit unterschiedlichen Materialien, Farben und Formen. Im Vordergrund stand ein detailreiches Motiv der Stadt Danzig, in welcher 2023 die Euroskills stattfinden werden. Da die Aufgabenstellung sich an den Worldskills orientiert, mussten auch hier die Junghandwerker einem Speed-Wettbewerb antreten. Am Ende konnten der hessische Yannick Mensinger mit seiner Leistung überzeugen und trägt nun den Titel bester Nachwuchsmaller Deutschlands. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Freya Spitzer aus Hamburg und Anna-Maria Matitschefasch aus Rheinland-Pfalz. Alle drei werden nun auch dem Nationalteam angehören und haben damit die Chance, sich für die Euroskills nächstes Jahr zu qualifizieren. Der komplette Nachbericht wird bald als Reportage auf MalaTV zu sehen sein. Und auch im Stukateurhandwerk wurde um den Titel gekämpft. Dort holte Silas Hildebrandt aus Baden-Württemberg den ersten Platz. Platz 2 und 3 erreichten Max Czajka aus Bayern sowie Lukas Dintja aus dem Saarland. Ja und apropos Nachwuchs. Das Handwerk- und Kolpingwerk fordern eine Stärkung der Berufsbildung. Da das Handwerk eine gesellschaftliche Relevanz für die anstehenden Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Energiewende oder Digitalisierung aufweist, soll die Politik ihren Fokus noch stärker auf die berufliche Bildung legen. Auch die Allianz der Aus- und Weiterbildung soll von der Bundesregierung und den Bündnispartnern fortgesetzt werden, um die Fachkräftesicherung voranzutreiben. ZDH-Präsident Hans-Peter Wollseifer erklärte bei der virtuellen Sitzung des Arbeitskreises Kolping und Handwerk, dass das Handwerk vielen Jugendlichen eine Perspektive für die Zukunft geben kann und ihnen die Möglichkeit gibt, diese Zukunft mitzugestalten. Ursula Groten-Kranich, Vorsitzende des Kolpingwerks, wies darauf hin, dass gute Instrumente wie die assistierte Ausbildung oder auch das sozialpädagogische Azubiens Jugendwohnen bereits vorhanden sind, diese aber ausgeweitet werden müssen. Weitere Themen der Sitzung waren die Stärkung der Tarifpartnerschaft, die Sozialwahl 2023, sowie die Frage, wie Geflüchtete während der Ausbildung besser unterstützt werden können. Ja, und das war's mit unseren News für diese Woche. Schauen Sie auch auf unserer Website malerminustv.com vorbei oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017